Es kommt ein sehr, sehr spannendes Gerücht aus Italien rein. Und zwar geht es um den Flügelstürmer Ruben Vargas. Einer meiner Lieblingsspieler, dem irgendwie aber nicht so richtig der Durchbruch hier in Augsburg gelingt, soll wirklich im Fokus sein des Tabellenvierten der Serie A. Also die Fiorentina oder AC Florenz spielt wirklich eine enorm gute Saison und sucht genau nach diesem Spielerprofil. Und Ruben scheint ja einfach so ein bisschen der Wunschkandidat zu sein. Zumindest schreibt das hier auch Alfredo Pedula, ein Journalist, der auch für Sport Italia arbeitet. Ja, die ersten Gespräche, die scheinbar schon stattgefunden haben, zumindest laut ihm, sollen positiv ausgefallen sein. Und die Ablöse von sieben Millionen halten die Italiener für angemessen. Also sie würde scheinbar auch kein Problem darstellen. Leute, das könnte tatsächlich echt heiß werden. Deutsche Medien berichten noch nicht wirklich drüber. Aber Ruben Vargas hat einen Marktwert von 6,5 Millionen. Und er hat sich ja schon mal geäußert, dass er irgendwann mal eine Luftveränderung sich vorstellen kann. Damals gab es auch mal ein Gerücht, glaube ich, von Udinese Calcio, wenn ich mich richtig entsinne, also auch Italien. Vielleicht zieht es ihn wirklich in die Serie A. Ja, jetzt im Winter, das wäre schon eine Challenge für uns, da er so der einzigste gelernte Flügelstürmer bei uns im Kader ist mit Startelf-Potenzial. Mbuku scheint da noch ein bisschen weg zu sein. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum man sich um solche Spielertypen auch bemüht. Man sieht es ja hier an den Gerüchten. Jess Torob wollte sich auf der PK jetzt nicht äußern, was für Spielertypen er will. Aber scheinbar hat er es, Herr Marinko, schon wissen lassen. Und scheinbar, wahrscheinlich ist es sogar ein Flügelstürmer. Aber wir wissen es am Ende nicht. Fakt ist, das Ding ist spannend. Das Ding ist wirklich spannend. Das Transferfenster geht noch bis Ende Januar. Das sind noch 20 Tage, Leute. Und Stand jetzt ist meine Info, dass jetzt nicht viel für einen Wechsel auf jeden Fall gesprochen hat von Ruben in diesem Winter. Er fühlt sich ja wirklich auch wohl in der Mannschaft. Er passt super ins Gefüge rein, versteht sich auch mit vielen Spielern. Und grundsätzlich fühlt er sich ja auch wohl in Augsburg. Es ist einfach dieser Wunsch nach Veränderung, der irgendwann mal kommt. Der Bursche ist ja schon seit 2019 im Verein. Und ja, es schreiben ja auch ein paar immer wieder. Irgendwie hat man das Gefühl, dass er nicht so 100 Prozent in unser System reinpasst, etc. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung oder habe sie noch, dass Jess Torob ihn noch besser einbinden kann. Einfach bei uns, weil es eigentlich wirklich ein sehr talentierter Kicker ist. Sonst würden ja auch nicht so starke Teams sich bei uns melden wegen ihm. Und in der Schweiz zeigt er es ja auch regelmäßig. Zu ihm selber 25 Jahre, 1,79 Meter. Wir könnten ihn noch halten, kein Thema. Der Vertrag bis 2,25 Meter. Und im Sommer verkauft oder erst im Winter. Aber eigentlich glaube ich spätestens im Sommer, dass da was passieren wird. So ist mein Gefühl. Dieses Jahr 14 Spiele, ein Tor, ein Assist. Ja, ist nicht so wirklich Ruhmseine Saison. 8 Prozent Torbeteiligung und 50 Prozent Startelfquote. Und Spielminuten war aber auch phasenweise ein bisschen angeschlagen. Trotzdem, ein Spieler seines Formats und Kalibers erweckt natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung. Und da ist er ein bisschen drunter. Ich fand seine Rückrunde letztes Jahr gut. Da hat er uns mit vielen Assists auch wirklich geholfen, die Klasse zu halten. Aber jetzt, dieses Jahr kam er noch nicht so wirklich zum Schein. Und ich habe schon ein paar Mal bei euch in den Kommentaren auch gelesen. Ihr habt auch immer das Gefühl, falls da ein gutes Angebot kommt, dass man über einen Abgang nachdenken kann. Weil er nicht so glänzt bei uns, wie er eigentlich könnte. Fakt ist, einer meiner Lieblingsspieler, er ist ein super Charakter, auch ein super netter Bursche. Wenn man ihn beim Training anspricht und so, kannst du echt immer mit ihm quatschen. Es ist ein total angenehmer Junge. Ich sehe ihn auch gerne bei uns. Natürlich wünschen wir uns alle, dass er mal explodiert. Und eigentlich haben wir da jetzt auch keinen Handlungsdruck. Er hatte auch mal einen Marktwert hier im Zeitraum von 2020 bis 2021. Von 13 Millionen. Man sieht schon, ist schon ein bisschen gefallen. Jetzt wieder mit einer leichten Tendenz nach oben und jetzt steht er bei 6,5 Millionen. Dass es da nicht jetzt immer ideal lief, die letzte Zeit. Aber er hat einen Markt, allein durch seine Leistungen, wie gesagt, für die Schweiz-Nationalmannschaft, ist er natürlich auch im Fokus von Teams, die sicherlich auch europäisch spielen können und werden. Und da wird er auch interessante Angebote kriegen. Da bin ich mir sicher. Für uns spricht, wir werden eine gute Ablöse kriegen. Mein Bauchgefühl ist, wie gesagt, dass er irgendwann eh gehen wird. Und es ist dann auch gut für uns, wenn wir einen Spieler dann mit einer hohen Ablösung, mit einem hohen Marktwert dann mit Gewinn verkaufen. Ich müsste jetzt gerade mal gucken, für wie viel wir ihn damals geholt haben. Für 4 Millionen. Also hier ist auf jeden Fall ein Gewinn eigentlich relativ sicher. Egal, wann er jetzt wechselt. Ja, ihr könnt mir jetzt auf jeden Fall gerne mal eure Meinung zu dem Ganzen schreiben. Ich bleibe dabei. Ich sage, er wechselt irgendwann in die Serie A. Ist nur mein Bauchgefühl. Ich habe da keine Info oder etc. Und wenn wir ihn wirklich in diesem Winter überraschend ziehen lassen, dann sollte man hier auch 1 zu 1 handeln. Also einen Spielertypen, wie er einer ist, auch holen. Und da reden wir von einem Außenstürmer, der hauptsächlich auch vorne seine Stärken hat, eine Offensive im 1 gegen 1. Torgefahr ausstrahlt. So ein Kicker, wenn man braucht ein gutes Tempo, wenn man ihn abgibt. Wenn man da keinen hat, mit diesem Spielerprofil, den man in diesem Winter holen kann, der auch von der Qualität ähnlich gut ist, dann sollte man das eher im Sommer machen. Aber Fiorentina möchte eben jetzt schon im Winter hier handeln. Extrem heiße Sache. Extrem heiße Sache. Ich bin wirklich ein bisschen baff, dass das scheinbar schon, zumindest laut dem italienischen Journalisten, dass da erste Gespräche stattgefunden haben. Finde ich schon erstaunlich. Aber man weiß halt einfach nicht, wie lang, was da jetzt da wirklich dran ist. Schreibt mir mal unbedingt, Leute, eure Meinung jetzt in die Kommentare. Es würde mich mega interessieren, was ihr dazu sagt. Ja, würdet ihr ihn abgeben? Und wenn ihr ihn abgibt, für wie viel? Plus müsste man dann handeln, wenn man es macht? Fakt ist, wir wären ja dann auch, was die Transferausgaben angeht, wieder noch flexibler. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Schreibt mir mal so euer Wunschszenario. Was würdet ihr machen? Wird mich jetzt brennend interessieren. Und jo, das war's für heute. Denkt an den Daumen hoch. Und es bleibt spannend, würde ich mal sagen. Ciao, ciao.